Und ich würde sagen, wir machen direkt am Anfang schöne Superkiste auf. Und hoffen einfach auf was Rotes. Ist das rot? Ey, da kriege ich gar nichts Rotes. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Nichts. Ja, nichts könnte ich gebrauchen. Ansehen. Wird ungewertet sogar mein Fahrzeug, gell? Ich habe so Angst. Und mein Fahrzeug, hoffentlich reißen die 27er wählen. Und er wird natürlich verlieren. Wann war das eigentlich so klar? Neun Juwälen muss ich jetzt gehen dafür. Ich bin kein guter Wetter. Schuhregen. Beides mehr. Super Fetzen, Fetzen. Ich habe hier drei Energien. Meine Siege. Und meine Lisa ist so unnormal. Guck mal, welche Klingel das war. Vielleicht bringt sie doch was. Wo kommt sie denn neu? Auf Brocken. Unnormal. Das ist sehr schlecht. Oh mein Gott. Dann sind die ganz hinten. Ja, war eigentlich schon ganze Zeit so. Aber trotzdem. Musste jetzt auch nicht ganz hinten sein. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, gibt es neue Kämpfe zum Gewinnen. Dass ich auf Stufe neu komme. Ist ja auch geil. Oh nein. Die brauche ich, oder? Gucken mal. Oh, ich habe gegen sie gewonnen. Okay. Oh, ich habe gegen sie gewonnen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ein paar Doole rein. Das ist, ja, komm. Wie viel Damage hat. Oh mein Gott, ich habe 5% Scheiße. Ich werde es mal aufladen. Oh ja, wir können aufladen. Aber ihr müsst jetzt so dunkel angucken. Hoffentlich passt es. Ich kann es euch nicht versprechen. Bitte passt es, bitte passt es, bitte passt es einfach. Gegen den Wert zu gewinnen. Einmal nach hinten. Aber mein Laser macht es halt einfach mehr. Das ist kein Problem. Ich, kein Problem. Ich, kein Problem. Okay, guck mal. Wie soll ich aufsteigen? Wenn wir 11.000 haben. Wenn wir den, 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 dann wären wir auf den, 21.000 für den Platz. Und sagen Sie es easy. Ich hätte doch eigentlich ihn schlecht, weil ich, oh, wie schnell habe ich ihn, oder? Oder sie traurde. Okay, aber ich fand wirklich ihn schlecht, weil er den Nahkampfverfahrt hatte und ich hatte beides. Was bringt es ihm? Eine... Hätte dich so, eh, oder so, glaube ich, gewonnen. Na, er brauchte Zeugnisse für mich. Braucht viel mehr Leben. Oh, wir sind zur Lühe angekommen gegen den Affen. Jetzt bin ich auf 2.000. Die schönen alten Zwei. Da sind die Locker schon wieder runter. Wann ist die? Okay. Dann sind wir noch auf 2.20. Dann wollen wir wieder auf den vierten Platz kommen. Jedes letztes Mal. Aber es dauert so lang. Ein letzter Schuss, äh, ist weg. Weggerotzt, Alter. Wie lange dauert es? Geiles Bild, Alter. Die wollen mich gerade verarschen. Ah, okay. Ich war gerade im zweiten besten Zimmer mit dem WLAN. Und es ging nicht. Okay, warum dauert es mal so lang? Und es ging nicht. Okay, hier ist Serie 1. Mit Nase habe ich es gemacht. Und verliere. Also mit Nase ist es keine gute Idee, Alter. und noch nicht alles jetzt kommt auch gemacht guck ihn an wird eh die gewurft was kannst du mit der nase machen er zöpfen wir es zu zehn zu zehn alter er hat direkt umgekippt an die warte wieder richtig dann habe ich ihn aber schon attackiert die nase hat verloren sie hat zu lang geschlafen redet schneller muss ich durch schlafen ohr in dem man mit einem mits gemacht hier geht schon besser das video wird glaube ich auch nicht lang ist aber erst um die fünf prozent ja hier jetzt kein lager gerät wenn auch so schlau ok 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 ich habe es rasiert noch gerade ganz mit der nase durch ich brauche gar keine hände für das spiel das play ist auch so gut alter wenn meine nase als finger ich brauche ich dir gutes auto ich habe eine krone hat nichts über eine krone oh ich bin schon auch noch ein paar kämpfe ich bin jetzt auf 21 alter er ist so schlau ich bin jetzt dazu und steigert sich halt noch kommen wir zu erzählen mein rekord auf 7 ich kann doch wirklich er zu viel leben könnte ich gegen den gewinnen ja easy sogar guck alter oh mal bei der nase geht alles auf 7 müssen nur nachts drei kämpfe erfolgreich sein da darf ich jetzt auch gucken jetzt darf ich ohne problem nein er weiß nicht ich bin immer nach mir so weit gekommen schnell aber wir ziehen wieder durch sie wieder durch sie wieder durch warum meine kettensäge hat die mir geworfen ich bin so traurig warum bin ich denn einfach weggegangen von dem ich bin so traurig okay dann würde ich sagen tschüss leute ich verabschiede mich mit einer na oh das geht nicht mit der nase tschau leute mit nem finger b k b b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020